Der österreichische Schauspieler Karl-Heinz Böhm ist tot. Er starb gestern im Alter von 86 Jahren in seinem Wohnort bei Salzburg. Bekannt wurde Böhm durch die Sissi-Filme. An der Seite von Romy Schneider spielte er den jungen Kaiser Franz Josef. Später widmete er sich der Entwicklungshilfe und gründete die Organisation Menschen für Menschen. In Europa und Hollywood war er längst berühmt, Filmheld und Theaterstar. In Afrika war er ein Mensch, der anderen Menschen hilft, Armut und Not zu lindern. Seine Haut ist schwarz, meine ist weiß. Aber sein Herz und meines haben die gleiche Farbe. Karl-Heinz Böhm wurde 1928 in Darmstadt geboren. Der Vater Karl Böhm, weltberühmter Dirigent. Die Mutter, Thea Linhardt, Sopranistin. Die vielreisenden Eltern schickten den einzigen Sohn auf ein Schweizer Internat, wo er sich einsam fühlt, aber vor Hitlers Zugriff auf die Jugend geschützt ist. In den 50ern der Durchbruch. Böhm als österreichischer Kaiser Franz Josef wurde mit seiner Sissi-Romy Schneider zum Traumpaar des Nachkriegskinos. Romantisches Klischee, auf das sich beide nicht festlegen lassen wollten. Böhm suchte die sperrigen Rollen, drehte mit Fassbinder, findet ins Ernstefach zu sozialpolitischen globalen Fragen und ist geschockt von der Armut in Afrika. 1981 in der Sendung Wetten, dass, legt er geschickt den Grundstock für seine Mission. Indem er wettet, die Zuschauer seien zu geizig und zu spenden, sammelt er spontan Millionen, gründet seine Hilfsorganisation in Äthiopien. Ein Mensch für Menschen, es war die Rolle seines Lebens.